Oha, da steht ein Mülleimer, Franklin. Da ist eine Mülltonne. Warum wirfst du es weg? Nur weil die gesamte Stadt eine Müllhalde ist, heißt es... Hier ist selbst ein Papierkorb. Franklin, deine kriminelle Ader ist wirklich sehr stark ausgeprägt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich in den letzten Folgen tatsächlich ein bisschen Franklin vernachlässigt habe. Er war immer nur so eine Nebenperson in den letzten Folgen. Deswegen werden wir jetzt mal wieder mit ihm ein bisschen abhängen. Und als erstes würde ich sagen, fahren wir deswegen mal zu Franklin nach Hause. Denn ich habe tatsächlich offscreen sein Auto ein bisschen aufgepimpt. Und ja, er hat ja auch relativ viel Geld gehabt. Stichwort ist natürlich gehabt. Ne, warte mal, wo sieht man denn das hier? Hier, 157.000 hat er noch. Ich habe das Auto ein bisschen aufgetunt. Das sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen schnittiger aus und ist leider jetzt auch nicht mehr weiß. Aber dafür habe ich mich für eine ganz andere, wundervolle Farbe entschieden. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das Auto, was am Abschlepphof steht, das Auto? Wobei, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich wieder dieses Moped, ne? Nochmal falle ich darauf nicht rein, Rockstar. Mein persönliches Fahrzeug steht hier vor der Tür. Schaut. Das ist all we got, mein n***a. Das ist unsere Herritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Tanisha? Sie hat mehr Sinn zu sein, wenn du mit deinem sorry ass bist. Du bist immer so, wie das. Ich sage, left. Du sage, right. Ich sage, become a doctor. Du sage, become a patient. Ich sage, who ist das? Hallo, Missy. Wow, Franklin. Du hast nie gesagt, dass du eine Frau hast. Ich bin Denise, Franklin's Hausmaid. Mitbewohnerin, ja, ja. Ja, shut the fuck up! Hier, Darmine. Warum nicht du, gehst dir selbst etwas leckeres, okay? Danke, du. Der alte Schammer. Es ist, es ist 7 Jahre alt. Ich habe gesagt, etwas leckeres, nicht schmutzig. Du willst eine grüße Kau sein, hm? Nein. Jetzt gehst du hier raus, okay? Du Menschen sind alle das gleiche. Man, was die fuck you doing hier? Hier mit dem Mann. Den Mann. Was? Ich bin fucking new in der Stadt. Ich mache Freunde, okay? Jetzt gehen wir mal. Schau, ich hatte planen, um ein bisschen resten, bis dieser Klau und meine Frau kamen und das so. Meine Frau, ich kam hier zu dir, über die kleine Sache. Man, ich sagte, ich bin schmutzig, Mann. Die fucking Sache. Ich liebe Dinge. Ich bin der King von Dinge. Ich bin nicht mit dir, Mann. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Stretch schon wieder. Let's go. Come on. Mann. Wer ist das? Man, man, just come on. Job ist auch dabei. Geil. Hat sich Trevor gerade an Job gestoßen? Naja, ich wollte euch erstmal ganz kurz das Auto zeigen. Guckt euch dieses Brachtstück an. Komplett aufgetunt, zumindest soweit, wie es bis jetzt geht. In einem wunderschönen Petrol. Ich habe von Autos keine Ahnung. Es sieht einfach nur gut aus. Und ich habe das meiste da reingesteckt, an Geld, was ich habe. Um das Maximale rauszuholen. Das sieht schon sehr, sehr schick aus. Aber jetzt steigen wir erstmal in diesen weißen Transporter zu den freakigen Typen. Und Job. Job ist auch dabei. Oh, Grove Street, Digga. Job kann relativ gut mit Trevor klarkommen, oder? Oh, Grove Street. Da kriege ich auch Flashbacks. Lass mal die Türen zu machen. Ja, wobei, die können offen sein. Vielleicht müssen wir schnell weg. Alle sind auf ihre Posten. Wobei, das ist ein bisschen janky. Kurier service. Package to collect. Du hast die Grin? Präsent und Accountet vor. Du willst das, oder? Sample? Hm. Jetzt, wir sprechen. Nehmt keine Drogenkinder und dealt nicht damit. Das Traubenzucker. Wir haben eine Schlange oder eine Schraube. Wir haben eine Schraube. Wir haben eine Schraube. Du kannst nicht schrauben, eine Schraube. Oh Gott. Wehe, Job wird verletzt. Aber Trevor hat Ahnung von dem Business, ne? Der hat den Braten direkt gerochen, oder? Das war einfach nur Zufall. Alter, sind das viele. Was mache ich eigentlich? Ich habe doch hier gute Ausrüstung. Allein, wie viel kommen wir da noch? Ach, wir sollen uns vorarbeiten. Wir sollen hier gar nicht... Okay, gut, das erklärt natürlich, warum wir immer mehr kommen. Was soll jetzt? Warum fahren die nicht einfach weg? Was soll jetzt gehen? Natürlich, kaum sind wir aus der Coop Street raus. Oh, Junge. Irgendwelche Snacks. Oha. Was ist mit dir, Trevor? Steh auf! Runter! Runter! Was hat Trevor? Ja, dann geh doch runter! Spreiber nimmt die Heifer mit. Spreiber nimmt die Heifer mit. Nee, da hat's jetzt keinen Bock mehr gehabt drauf, ne? Ja. B.D., get out of the water! You're under arrest! Spreiber sets you up, nigga! You'll be on the snake! He didn't know they were playing with Lawrence. That on they go! Man, you deluge! At least you got to meet MC Cliff! Zack that motherfucker! Was that who that was? Little brush with another celebrity. They fly too! Hey, we should like race these motherfuckers! We are racing, you idiots! Racing away from the dudes trying to kill us! I mean another time! They got secret! These are greats all over the city! Helpful as always, homie! Let's split my niggas and keep our hands down! We ain't gonna lose the cops on these things! Yeah man, shit, we need to get to Lynn! Boah! Boah! Scheiße, hier ist auch gar nix, ne? Hier ist keine Straße, nix. Wir haben für die falsche Richtung entschieden. Stadtsafari! Ah! Das war mal ein Trip, was? Aber gut, dass die Autos stehen. Schnapp ich mir direkt mal eins. So, was machen wir als nächstes? B. Barry. Wer zur Hölle ist Barry? P. Beverly. P ist Beverly? Ah, ich würd sagen, wir schauen zuerst mal bei Barry vorbei. Wer auch immer Barry ist. Ein neues Gesicht oder... Ein alter Bekannter. Zivilisation! Ups. Ich habe eine Gelegenheit für dich. Triff mich am Del Perro Pier. Oha! Ein weiterer Auftrag von Lester. Oha! Ohne Michael. Oha! Das ist der Drogentyp! Oha! Das ist der Drogentyp! Das ist der Drogentyp! Das ist der Drogentyp! Wenn ich ein Mörter bedeutet, dass man gut wäden... für sicher! Du möchtest ein bisschen warm-up? Du kennst dich, bevor du und collectierst die Supplyst? Bevor ich was? Du kennst die Supplyst! Du kennst die Supplyst! Kannst du nicht eine Smokke in ohne Smokke in! Du kennst. Cerebral-Stuff! Das wird die Menschen aus ihren Fäten protestieren! Mann, ich weiß nicht. Das klingt ein bisschen Bullshit für mich. Wir werden sie mit unserem Result. Hier. Wie ist das? Auch hier wieder. Finger weg von Drogen. Erst recht, wenn dir dieser Typ was in die Hand drückt. Hm. Ein mellow, sophistikates High. Mann, das scheint ein bisschen dry. Kannst du die Aliens sehen? Oh nein. Mann, was anderes hast du genommen? Mann, diese Scheiße ist verdammt. Insofern, geh das was. Es ist eine Revolution. Und dann kenne ich mich. Wahnsinn, motherfucker! Okay, das ballert nicht direkt so rein wie bei Michael. Ich werde dir telefonieren, wo das was ist. Wir gehen kurz, bevor jemand dich sieht. Schau dir bei den Kampfen. Und die Muskeln. Sie sind überall. Okay. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir zu Beverly. Erstmal. Und begeben wir uns auf unsere dritte große Promi-Jagd. Ich bin gespannt, welches journalistische Gold heute auf uns wartet. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ich mich nicht. Ich bin gespannt, wie ich mich. Hab ich das Auto gerade umgeschubst? Wow. Schau! Oha. Brauchst du Hilfe irgendwie? Also, umsichtlich schon, aber ich meinte eigentlich, um dir in den Container zu kommen. Alles gut ist. Lester hat ansonsten noch eine Mission. Wir könnten uns jetzt nochmal auf den Weg machen, dort mal vorbeizuschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir mit unserem Auto. Ich würde sagen, wir holen erstmal unser Auto ab und dann fahren wir mal in den Norden. Warte mal, da stehen doch jetzt diese Typen, die mich das eine Mal überfallen haben. Ähm, zumindest habe ich mir das gemerkt mit diesem Graffiti da, ne? Hey Kumpel, hab ein paar Gerüchte über Promis gehört, Gelegenheit mit Bildern Dekolle zu machen. Habt ihr die Liste der Orte geschickt? Na ja. Ja, tut mir leid, Leute. Ähm, ihr habt mich schon mal überfallen, oder? Wart ihr das? Warte, ich gucke erst, wie die reagieren. Okay, die kennen mich und sind mir sympathisch. Oh Mann, hätte ich jetzt einfach so drauf losgeballert, hätte ich die Leute in meiner alten Gang auch noch rumgehauen. Na gut. Manchmal ist es eben besser, erstmal sich die Situation anzuschauen, bevor man, ähm, direkt vorbricht. So, machen wir mal den ersten Ausflug mit unserem kleinen Baby hier. Auch wunderschön mit Unterbodenbeleuchtung. So, dann machen wir uns mal auf in den Norden. Auch das erste Mal, glaube ich, dass wir hier mit Franklin auf der Autobahn unterwegs sind. Richtig gut, das können wir richtig durchheizen. Ja, ja, genau das meinte ich mit durchheizen. Ich liebe einfach diese abendliche Stimmung. Egal wo, aber hier draußen im Norden ist es auf jeden Fall nochmal so viel geiler. Dieser Himmel, die Landschaft, die Lichter auf der Straße. Absolut magisch. Ich hoffe, dass GTA 6 mindestens genauso bezaubernd ist. So, kommen wir zum Baumarkt. Was wär's jetzt? Vielleicht geht einfach zum Baumarkt, um irgendwie der neue Hundehütte für Job zu holen. Ah, bisschen zwielichtig ist uns schon hier, ne? Muss man sagen. Log 8-9-Zeta-3X Hallo? Cool. Wait, 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 stop. What's the problem, Baum? Wait. Carbon-based lifeform, check. Six feet tall, check. Slightly excessive adipose tissue, normal distribution, check. Readings are, readings are, shoot. Guess the little machine is broken again, check. Star date 14-9-305. Lifetime is 7-89 past the Manc Meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based lifeform. Greetings, home. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of supercosmic beings. And out of the six billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. And now I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look, look. See this? Hmm? If you see some, if you see some, let me know. Yeah, yeah, okay, I will, man. Let's shine. Völlig normaler Typ. Völlig normaler Typ. Völlig normaler Typ. Völlig normaler Typ. What a freak! Untertitelung des ZDF, 2020